Haha, das stimmt. Sie brauchen Hilfe! So, dann wollen wir mal. Äh. Na gut. Machen wir das mal. Ach ja, das ist glaube ich auch neu. Ach ja, das ist glaube ich. Ach ja, das ist glaube ich. As lange wir bleiben, wir haben eine gute Chance. Ich würde sicher nicht wollen, dass wir hier verletzt sind. Wir holen uns Master Masakatsu und weg. Wir müssen uns hier verletzen. Ich habe ein wenig Besuch, um zu vorbereiten für Master Masakatsu. Ich werde gleich zurück. Äh, du sicher? Wir haben kein Problem, wir können Elementar-Tal nutzen. Äh, einfach so. Perfekt. Äh, äh. Äh, äh. 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 Oh, okay. Auf geht's! Wer geht da? Wer geht da? Ah, stopt der Englisch. Das Wall sieht ein bisschen anders aus. Vielleicht gibt es ein spezielles Trick zu es. These guys seem a lot tougher than usual. Haiman wonders if that Armor over there has anything to do with the source of their strength. Midnight in Katmagoria! Let's light it up! I must withdraw. Teach me a lesson. Get them! Watch her step with the wind! Show me what you've got! Adventure time! I summon thee! Let's light it up! I'm going in! Leave it all to me, as a beautiful made wood. Show me what you've got! 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 I can't hold! Don't hold back! I need to train harder! Show me what you've got! Show me what you've got! Let me see! Show me what you've got! Show me what you've got! das ihre kiste ist okay Ich werde dich aufhören. Hm, diese Maga-Tama-Shape sieht ziemlich ähnlich mit den Grooves auf der Tür da oben. Let's light it up! Windblade! Slap! I dare you! Disappear! Don't hold back! Don't hold back! Steady and steady, as a good knight should! Na gut, wir sterben wenigstens nicht, das ist doch schon mal positiv. Show me what you've got! Aber wirklich Schaden machen tun wir nicht, ne? Don't hold back! Das ist der zweite. Oh, jetzt noch Küsse. So... Let's light it up! So... Damit haben wir alle drei. Geil! So... Aber was wäre dann... ...die Tür offen? So... 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 Oha! So... Untertitelung des ZDF, 2020